Die Moin Leute, willkommen bei ComicIn und willkommen zu einer neuen Comic Review. Wir bedienen heute wieder das Feld Justice League, Justice League International und ich habe wieder eine Mini als kleine Ergänzung. Die letzten Male haben wir zum Beispiel Metamorpho und vor fast zwei Jahren mittlerweile Martian Manhunter angeschaut. Und dann habe ich hier noch ausgekramt für das heutige Video The Weird. Was kurz chronologisch vor der Nummer 7 der Justice League damals spielte. Geschrieben ist die Story von Jim Starlin und gezeichnet von Horrorlegende Bernie Wrightson. Also auf dieser Seite schon mal ein sehr interessantes Kreativteam, wo ich sehr gespannt war, was da auf uns wartet. Eben schon die Chronologie ein bisschen angesprochen, da gibt es aber ein paar Problemchen, sage ich mal so. Denn man hat hier, obwohl man so früh in der Justice League Reihe chronologisch drin ist, andere Charaktere, die da noch gar nicht in der normalen Ongoing angesiedelt waren, beispielsweise Captain Atom, der hier dann aber schon zu sehen ist. Also da hat man den Zeitpunkt jetzt nicht so perfekt getroffen. Die Geschichte ist aus 1988 und The Weird ist ein neuer Charakter. Ich wusste nicht, dass man The Weird danach nochmal benutzt hat. Wusstet ihr das? Es hat eigentlich auch nur eine Person The Weird nochmal benutzt in drei Serien. Und das ist The Man Himself, Jim Starlin, der ihn auch erfunden hat. Ich weiß nicht, der scheint einen Narren an seiner eigenen Figur gefressen zu haben. 2006 startete nämlich eine Reihe Mystery in Space Vol. 2, wo er dann zumindest ein eigenes Second Feature hatte. 2008 folgten dann noch Strange Adventures Vol. 3 sowie der Rantanaga Holy War. Alles geschrieben von Jim Starlin. Also, falls man an The Weird auch ein Interesse entwickelt, dann kann man da auf jeden Fall sein Wissen noch etwas vertiefen, so wie ich das jetzt gelesen habe. Im Deutschen ist es sogar auch rausgekommen, beim Hedke Verlag, als Batman Sonderband 3 und 4 unter dem Namen, ja, was heißt The Weird eigentlich übersetzt? Sowas wie der, die, das seltsame. Ja, wir haben es übersetzt mit der Schock. Muss wohl passen. Ich weiß nicht, wo die da ein englisches Wörterbuch rausgekramt haben, wo das so drin steht, aber der Schock. Auch noch erwähnenswert, wenn man sich das Barcode-Feld mal anschaut, okay, habe ich jetzt eine Newsstand-Ausgabe, aber sonst steht da, DC Comics aren't just for kids. Also hat man hier im übertragenen Sinne sowas wie einen gedanklichen Vorläufer des Black Labels. Man hat hier einen Titel, der nicht für Kinder geeignet ist, sondern sich schon an Erwachsene widmet. Und ja, das kann ich nachvollziehen, auf jeden Fall. Wir haben 38 Seiten reines Story in diesen Heften, also es dauert ein bisschen, bis man durch ist. Und das Ding ist, die normale Geschichte, der normale Plot wird durch einen anderen Aspekt des Plots ergänzt, der so super abstrakt ist. Also es ist jetzt eine gute Mischung aus Emotionalität und Abstraktheit, was eigentlich komplett im Gegensatz zueinander steht, hier auch nicht super gut funktioniert. Das will ich auch dazu sagen. Also auf der einen Seite, da wird man mitgenommen, da schwimmt man mit in dieser emotionalen Schreibe, wenn Charaktere sich irgendwie tiefgehend unterhalten und da ist man voll dabei. Und dann gibt es eine Art Bruch an manchen Stellen, wo man dann sehr wissenschaftlich unterwegs ist, wo man höchst komplexe Inhalte irgendwie nachvollziehen muss. Das verträgt sich manchmal nicht ganz gut. Diesen Schalter umzulegen ist nicht so ganz leicht. Und dementsprechend, das Emotionale, ja, das ist auch nicht zu Kinder, aber das ist immer noch verständlich für ein jüngeres Publikum. Eine abstrakte Darstellung anderer Realitäten, die sich nicht über Charaktere definieren, sondern über Lebensform reiner Energie, die man gar nicht auseinanderhalten kann. Ein Individuum wird da ganz klein geschrieben. Das ist nicht gut nachvollziehbar für ein junges Publikum. Und dementsprechend ist der Aufdruck, der hier unten auf den Ecken steht, absolut richtig aus meiner Sicht. Die Geschichte fängt auch mit einer fantastischen ersten Seite an. Ich habe die aufgeschlagen und dachte, wow, ich liebe diese Zeit an DC Comics. Bernie Wrightson, stellenweise wirklich Weltklasse. The Weirer ist grundsätzlich auch nur eine Energieform, die einen menschlichen Host braucht, bedient sich eines Toten, eines frisch Verstorbenen und baut sich so seine eigene Molekularstruktur auf. Und da geht es natürlich auch viel um Anatomie und die Darstellung. Nicht viel, das war etwas übertrieben. Aber das ist natürlich die Möglichkeit, die Chance, Bernie Wrightson da richtig zu glänzen. Das ist das, was er kann und da kann er ein bisschen aus sich rauskommen. So, die reinen Charaktere sehen eigentlich auch immer gut stabil aus, aber da würde ich ihm jetzt nichts Außergewöhnliches zuschreiben wollen. Aber wenn es dann an diese Aspekte des Körpers und der Komplexität des Körpers und der Darstellung dessen auch geht, dann bin ich da voll bei, dann ist das super krass, was Bernie Wrightson hier zaubert. Aber diese erste Seite zeigt uns Superman in einem sehr düsteren, sehr verregneten Metropolis auf den Dächern sitzen. Eine sehr melancholische Szene hier schon am Anfang, die uns etwas über Normalität erklären will und dass Normalität nicht selbstverständlich ist. Und genau hier ist mein Punkt, dass man hier eigentlich schon den Anker setzt, dass diese Szene, die uns als normal dargestellt wird in dem Moment noch, überhaupt gar nicht normal ist. Das ist nicht das Setting eines Superman. Das hier ist eine klassische Batman-Gotham-Szene, die wir auf Superman und Metropolis übertragen bekommen. Also hier wird schon das, was uns erklärt wird, komplett mit dem Bild gebrochen. Und da dachte ich, wow, hier wartet jetzt was Überragendes in Sachen Storytelling und bildlicher Unterstützung auf mich, was dann sich im Verlauf etwas relativiert hat. Es ist für uns natürlich nicht so leicht, die neuen Charaktere The Weird und sein Gegenspieler, den wir auf der Nummer 3 sehen, Jason Morgan, über den man mittlerweile auch nichts mehr rausfindet, der scheint wirklich nicht mehr vorgekommen zu sein im DC-Kontext, die irgendwie gebührend zu etablieren und interessant zu machen. Das funktioniert bei The Weird, aber grundsätzlich auch nur über die Ebene der Emotionalität, weil er ja eine Person, eine tote Person übernommen hat. Und eigentlich ist diese die interessante Figur, weil er Erinnerungen, gelebte Gefühle und sowas natürlich mit diesem Hostkörper teilt und diese nachvollziehen kann und dementsprechend eine zurückgelassene Familie für sich findet, die natürlich in ihm den Vater, der gegangen ist, trotzdem noch sieht. Zumindest sein kleiner Sohn. Ich sage jetzt schon Sohn, weil die beiden sich so annähern, dass sie sich auch in einem Vater-Sohn-Verhältnis später sehen. Das ist eine ganz, ganz große Stärke dieser Story, mal abseits von dem ganzen Superhelden-Kram, eine Vater-Sohn-Geschichte zu erzählen, die absolut von Tragik und auch hier Melancholie lebt, die super zieht bei mir. Das waren ganz tolle Szenen. Man hat in Heft 2, ihr seht schon, das ist ein großartiges Cover auch für mich, in Heft 2 lange, lange Szenen der beiden und hinten raus auch nochmal wirklich ein verdientes Ende für die Story der beiden, die wirklich abgekapselt erzählt werden kann. Wo er dem Jungen so verständlich macht, ich bin nicht dein Vater, aber ich hab dich trotzdem verdammt gern und ich würde dir so gern die Welt zeigen, aber genauso wie dein Vater werde ich diese Welt auch bald verlassen müssen, weil ich eine riesige Gefahr bin. Und diese Gefahr ist auch der Punkt, den ich nicht nachvollziehen kann an der Geschichte. Ja, seine Molekülstruktur, die ist nicht stabil und ja, er hat vielleicht die Kraft einer Atombombe in sich. Das mag ja sein. Okay. Aber warum? Dieser Charakter ist da, die Justice League sieht sofort, oh, der Mann ist gefährlich, aber anstatt einmal mit ihm zu reden, und hier sind wir wieder an diesem klassischen Punkt, redet doch einfach mal miteinander, dann lösen sich doch Probleme. Es gibt sofort auf die Mütze für The Weird und im Endeffekt auf The Just League, weil The Weird als Energieform ist so viel stärker als jeder einzelne Justice League Charakter. Das ist so ein Quatsch. Hättet ihr miteinander gesprochen, wäre es gar nicht zu der Auseinandersetzung mit Jason Morgan und dem gekommen, was Jason Morgan später freisetzt aus der anderen Realität, wo The Weird auch herkommt. Wenn ihr miteinander gesprochen hättet, hättet ihr direkt eine Allianz bilden können und euch dann um das Problem von The Weird kümmern können, was hinten raus sowieso noch geschieht. Also hier passiert eigentlich viel um nichts. Und dementsprechend muss ich halt auch sagen, dass der emotionale Aspekt der Geschichte voll trifft. Er hat mich voll mitgenommen. Aber das, was den Plot eigentlich wirklich ausmachen soll, der richtige Superheldenplot, er ist totaler Käse. Insbesondere Batman mit seiner Dickköpfigkeit kommt uns überhaupt nicht zugute. Die Justice League soll aber allgemein in ein schlechtes Licht gerückt werden, was ich gar nicht so nachvollziehen konnte. Man hat auch eine Nachrichtenagentur, es gibt natürlich wieder Fernsehberichte und so, ihr wisst, da bin ich gar kein Freund von die dann so darzustellen. Es hat sich aber relativiert nach Heft 1, da war das noch extremer. Und auch in den Interviews hat man zumindest einen Superman, der ja immer das Identifikationssymbol in der Justice League ist, für die normalen kleinen Menschen, dem hat man Fragen gestellt, worauf er nur dämlich antworten konnte, gar keine passende Antwort finden konnte. Andererseits thematisiert man auch die Probleme und die Erwartungshaltung der kleinen Burger. Diese Masse wird aber komplett oberflächlich über einen Kamm geschert und ist dadurch trotzdem ein Spiegelbild auch noch unserer heutigen Gesellschaft. Diese Gefahr, dass wir vielleicht eine lebendige Atombombe in unserer Gesellschaft haben, jetzt mit The Weird auf dem Planeten, die mit einem Puff den ganzen Planeten auslöschen könnte. Diese Angst macht sich breit und führt natürlich sofort zu Massenhysterie, zu Verschwörungen, all das, was wir in den letzten Monaten jetzt, leider schon Jahren, selbst miterlebt haben. Und ja, irgendwie passt es ja, auch wenn es hier etwas aufgesetzt wird, aber ja. Und die Justice League dann als Sündenbock dastehen zu lassen, erst natürlich als großen Heilsbringer. Und dann klappt es halt nicht sofort, The Weird aufzuhalten, den bösen Mann, welcher er eigentlich gar nicht ist. Denn er hat eigentlich nur gute Absichten. Auf privater und Verantwortungsebene, sage ich mal so. Der ist sich schon bewusst, dass dieser Planet schützenswert ist. Das, was er in der kurzen Zeit hier erlebt hat, das ist toll. Die Einfachheit der Menschen, was dann auch passt zu der Verschwörungsthematik, der Massenhysterie, so wie sie halt dargestellt werden, die kleinen Leute, diese Einfachheit dieser Leute ist für ihn erstrebenswert, weil er aus einer viel komplexeren Realität kommt und diese viel zu überdacht ist einfach. Menschen erfreuen sich an kleinen Dingen. Diese Gefühlswelt kennt er nicht. Dieser Gefühlswelt kommt er aber nahe, wenn er seinen Sohn in Anführungszeichen hier etwas näher kennenlernt, beziehungsweise den Sohn seines verstorbenen Wirts. Das ist eigentlich eine super interessante Thematik, die hier auch, doch ich würde sagen, genug Panel-Time bekommt, dass man sich da auf jeden Fall hineinfühlen kann. Und es öffnet auf jeden Fall die Augen und dass wir uns und das Leben, das wir führen, auch auf jeden Fall immer wertschätzen sollten, weil das ist nicht selbstverständlich. Außerdem ist es, und das ist ganz wichtig, ein Appell für die Freiheit, weil die Realität, aus der The Weird kommt, lebt nur von, ich sag es mal, Sklaverei. Das ist ein System, was da etabliert ist. Es gibt starke Energieformen, die nutzen schwache Energieformen, saugen sie aus, nutzen sie, um selbstkräftiger zu werden und stoßen sie irgendwann ab, wenn sie leer gesaugt sind, mehr oder weniger. The Weird war in seiner Realität einer dieser schwachen Parts. Und zwei der starken Parts kommen über die Brücke, Jason Morgan, Gegenspieler von The Weird, in unsere Realität suchen sich auch zwei Hosts, Superman und ein Mitglied der Infinity Inc., der glaube ich später noch bei The JSA kurzzeitig war, und mischen die Erde so richtig auf. Es wird Amok gelaufen. Aber das ist es halt, es ist die Freiheit, die er hier so schätzt, die er hier so liebt, warum er den Planeten auch so lieben lernt und seine Bewohner, weil wir grundsätzlich frei sind. Und diese Freiheit, die er sich immer gewünscht hat, die gilt es für ihn zu beschützen. Ja, schön blöd, dass die Justice League ihm da so direkt vor den Kopf stößt. Totaler Quatsch eigentlich. Aber so ist es hier. So ist es. Und er muss der Justice League beweisen, er verhält sich eigentlich total gently und ist super. The Weird ist ein super Charakter, der trotzdem verständnisvoll bleibt. Der natürlich auch weiß, er ist deutlich mächtiger als ein Superman beispielsweise. Den stößt er durch die Luft und macht mit ihm, was er will. Egal wie oft man einen Batman angreift, einen Guy Gardner, keinen Chance, den bringst du nicht aus der Ruhe, der bleibt ganz besonnen und tut das Richtige. Und das ist enorm wichtig und tut der Geschichte gut. Das löst so ein bisschen diesen schwachen Aspekt Justice League in der Geschichte. Die Justice League ist der schwächste Punkt an dieser Storyline und dabei soll uns die Storyline so viel vermitteln und das eigentlich über die Justice League. Das tut sie aber nicht. Es ist tatsächlich der Charakter The Weird, den wir gar nicht kennen. Was ist das für eine Situation? Aber er bringt uns so viel nah und das ist wichtig. The Weird ist ja auch nicht unter dem Banner Justice League erschienen, deswegen mag das schon passen. Es ist eine Geschichte, die sich zwischen Zähheit und wirklicher Emotionalität sehr stark abwechselt, die sehr stark schwankt in ihrer Qualität. Phasenweise bist du richtig drin und dann wirst du wieder rausgeworfen. Dann hast du wieder richtig Bock und dann hast du wieder gar keinen Bock darauf, das zu lesen. Es ist ein bisschen unausgewogen geschrieben, aber genau das macht auch irgendwo den Reiz aus, dass es halt abwechslungsreich ist. Ich gebe keine Leseempfehlung dafür, aber nur, weil ich auch glaube, das ist nichts für die breite Leserschaft der Superhelden. Dafür ist es teilweise zu komplex, also es ist zu unnötig, gestreckt komplex geschrieben. Ich will damit nicht sagen, dass Komplexität nichts für einen Comicleser ist. Nee, nee, das sage ich nicht. Aber es ist teilweise einfach ein wenig zu lang dafür und wie gesagt, der Story-Aspekt der Justice League, der ja 50% dieser Hälfte ist, ist halt nicht so gut. Andere ist sehr stark. Es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Erfahrung, die uns mal wieder wichtige Motive vor Augen führt und das ist eigentlich genau der richtige Ansatz. Ich wäre gespannt, noch mehr von Stalin zu The Weird zu lesen, aber ich glaube, es ist auch gar nicht so leicht an die anderen Hefte, die ich euch vorhin gesagt habe, ranzukommen. Das war ein sehr interessanter Ausflug, eine sehr interessante Addition für meine Justice League, wird natürlich vor der Nummer 7 dann auch einsortiert und damit, mit diesen Eindrücken will ich euch jetzt auch wieder verlassen. Das war Comic in The Weird, bis zum nächsten Mal. Jetzt geht's mal. Untertitelung des ZDF, 2020